Wie kennt man Superreiche auf Sardinen? Man sieht sie nicht. Dafür liegt die riesige Jacht prominent im Hafen. Die protzt etwas mit ihrer Größe und ist so breit wie die anderen lang sind. Hat einen Helilandeplatz und darauf steht sogar ein eigener Heli passend zur Jacht lackiert. Der Zugang zum Schiff ist natürlich bewacht. Aber die segeln alle unter einer Flagge von Steuerparadiesen. Darf ich meinen PKW auch in einer Steueroase anmelden?